SAVE MY SAVE Einen floschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video geht es um ein neues Legends Bundle, was jetzt demnächst wahrscheinlich in das Spiel kommen wird. Wir haben ja Ghost und Shadow, die beiden Seiten, die gegeneinander sicher auslauschen und abhören. Und nun werden wir wahrscheinlich ein Ghost Legends Bundle erhalten. In den Spieldateien wurden drei neue Skins gefunden. Skins, nicht Stile, das sind eigene Skins und die sehen alle gleich aus. Also von den Farben her. Also ist sehr wahrscheinlich, dass es ein Legends Bundle sein wird. Das hatten wir jetzt schon seit ein, zwei Monaten glaube ich nicht mehr. Hier ist mal die Skins nacheinander. Wie findet ihr die Skins? Ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht überkrass. Es gab natürlich wieder auch Leute, die rumgemeckert haben, dass es nicht als Stil bekommt. Aber ich muss ehrlich sagen, naja, ich werde mir das sehr wahrscheinlich nicht kaufen, weil ich es einfach nicht geil finde. Sind halt wieder nur solche, ja, Skins, die mit anderen Farben sind, feiere ich jetzt nicht. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den Skins in die Kommentare. Der Chaos Agent ist das, der Wildcard und der Hush Skin. Eure Meinung in die Kommentare. Werdet ihr euch das Bundle kaufen? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns montags, mittwochs, freitags um 15 Uhr auf meinem Kanal. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Abonnieren, Glock aktivieren und ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.